Applaus 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 Vielen Dank an die Schweizer Bevölkerung für die Hilfe, die Sie bekommen in der aktuellen schwierigen Zeit. Sie möchten jetzt auf Ihre erlebhafte Art alle Opfer daheim und der befallenen Soldatengedenken, die mit ihrem Einsatz von der Frieden und Durabhängigkeit von ihrem Land mit Umlaufel gezahlt haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Applaus 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 Für die Witzelfeldung ist der schottisch-aktische Fischte der Stadtteil von Basel-Tatur. Wegen der Obersiedlung von den Hufenschotten nach Kanada in den 16. Jahrhundert ist das Jahr zweiteilt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Seit zwei Jahren schafften wir uns überfahren, den Virus und Bananen mit den Russen zu zeigen. Das Renoume der Schweiz, zusammen mit einem grossen Vertrauen, der draussen entstanden ist, haben es möglich gemacht, was wir jetzt erleben dürfen. Zudem gibt es dieses Jahr eine spezielle Überlegung der Verbundenheit der Schweiz und der Bananen zu sprechen. Der kleine Wüstenstaat freut sich über 50 Jahre die bananische Beziehung mit der Schweiz, die nicht so anfangs 30 aufgenommen wurden. Darum formiert sich die Galerie während der Schweiz.